Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Fundbüro In diesem Video erhalten Sie Informationen zum Fundbüro. Haben Sie Ihre Uhr verloren oder haben Sie eine Sonnenbrille gefunden, melden Sie sich beim Fundbüro der Stadt Bern. Unsere Adresse, die Kontaktmöglichkeiten und unsere Öffnungszeiten finden Sie in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Sie haben etwas in der Stadt Bern gefunden? Sie haben in der Stadt etwas gefunden und wissen nicht, wem es gehört? Geben Sie es bei uns im Fundbüro ab. So kann es gelingen, die Gegenstände wieder der richtigen Besitzerin oder dem Besitzer zurückzugeben. Sie können die Gegenstände vorbeibringen oder per Post schicken. Unsere Adresse, die Kontaktmöglichkeiten und unsere Öffnungszeiten finden Sie in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Sie haben etwas in der Stadt Bern verloren? Sie haben in der Stadt etwas verloren? Das Team des Fundbüros hilft Ihnen gerne weiter. Sie können uns anrufen oder am Schalter vorbeikommen. Sie können auch selber online suchen oder online eine Verlustmeldung aufgeben. Sie finden den Link dazu unter diesem Video. Sie haben etwas im Zug, Tram oder Bus verloren? Falls Sie Ihren Gegenstand im Bahnhof oder in den Transportmitteln von SBB, BLS, RBS oder Bernmobil verloren haben, wenden Sie sich an das Fundbüro der SBB respektive an das Fundbüro von Bernmobil. Sie finden unter diesem Video die Links für das Fundbüro der SBB und für das Fundbüro von Bernmobil. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. Unsere Adresse, die Kontaktmöglichkeiten und unsere Öffnungszeiten finden Sie in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video.